Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Kraft-Maga-Warm-Ups, der Kraft-Maga-Warm-Up-Videos. Ich habe euch hier ein kleines Warm-Up zusammengestellt, beginnend mit den Jumping Jacks, danach die Knees, die Hand Release Push-Ups, die Diagonalsprünge, Mountain Climbers, Passsprünge, Squats und Jumping Jacks. Ich zeige euch jetzt kurz die Ausführungen dazu. Jumping Jacks kennt ihr, wenn die Beine auseinander gehen, gehen die Arme zusammen. Die Push-Up-Variante ist Ablegen der Hände und wieder hoch. Die Knees, ich ziehe ein Knie, mache einen Doppelschritt und wieder ein Knie, Boom, boom, eins, zwei, boom, eins, zwei, boom. Diagonal springen, fange ich an, wenn mein rechtes Bein vorne ist, die linke Hand, und immer diagonal springen und schlagen. Mountain Climbers, ich gehe in die Liegestützposition und von hier ziehe ich immer die Knie an. Dann haben wir die Passsprünge, das heißt gleiche Hand, gleiches Bein. Dann die Kniebeugen, oder das Sport genannt, englisch. Und zum Abschluss nochmal die Jumping Jacks, oder Hampton Männer. Gut, dann fangen wir mal an. Okay, dann fangen wir an mit dem Warm-Up. Dann fangen wir an an mit dem Podcast. Okay, dann fangen wir an den Nachbarn, Untertitelung. BR 2018 1,2,3,3,3,3,4,4,5,5. Untertitelung des ZDF, 2020 4, 9, 6, 7, 8 Das war's. Jawoll. 10. 3, 1. Und die Diagonalsprünge. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Okay, touchwinger. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Beste, ja unten. Zies. Zies. Beste, also. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, super. Das war es mit dem Warm-Up. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.